Mh, ist da ein harter Kuchen. Ganz boah. Willkommen bei Nioh, Entschuldigung. Kuchen essen muss erlaubt sein. Also wir haben ein neues Gebiet freigeschalten, weil wir letztens diese Mission gemacht haben, die lustigerweise so schlecht funktioniert oder tut, zu übertragen. Und dann haben wir ein paar Nebenmissionen gemacht und wir haben einen Kuchen am Helm. Schüssel, Schüssel, Schüssel. Wir haben aber auch den letzten Set Helm gefunden. Und übertroffener Krieger des Westens. In Kodama-Style. Wir haben in Kodamisiert. Damit das Deal hat. Nein, eigentlich nicht zweieinhalbtausend oder so. Nein, ist teuer. Naja. Und... Oh, wir kriegen eine Feuerwaffe. Ist das ein Schwert oder ein Speer? Ich weiß es nicht. Du willst also nach Fushimi? Fushimi? Nein. Ich wünschte... Warte mal, der war... Der war... Was haben wir gesagt? Der Russe, oder? Ich wünschte, ich könnte dich begleiten. Aber leider hat Fust Ihe erst zu mir verboten, Meister Tori zu helfen. Ich wünsche euch beide Glück. Also... Glück Neun neue Budgets zu finden oh mein Gott funktioniert ich kann dir die Welt der Runde zeigen Sie sich die Interessant Entschuldigung ich muss kurz das Fenster schließen Entschuldigung Entschuldigung es tut mir leid Es ist dann so störend Ich hab's davor vergessen Weißt du noch wie stark Feuer war? Erste Mission weißt du noch wie stark Feuer war? Instant tot oder? Nein nicht ganz aber fast Halber instant tot Ja so ein paar hundert pro Keine Ahnung Nicht mal pro Sekunde sondern noch öfter Wir können es ja kurz testen Ja wir waren da eigentlich schon fast Instant hin damals In der Zeit wären wir hingewesen ungefähr damals Aber wir sind ja mittlerweile besser Wir können leider immer noch keine Türen öffnen Das ist zu kompliziert Es ist zu kompliziert Wir verstehen das mit den Türen nicht Wie soll das funktionieren? Manchmal drückt man, manchmal zieht man Manchmal schiebt man Manchmal muss man auf einmal schieben Wir wollen in Japan Das kann einfach nicht so weiter gehen Das kann einfach nicht so weiter gehen Im Grunde warum ich den Japan Urlaub machen kann Ich komm nicht aus der Tür raus Du kannst einfach durchgehen Du kannst einfach durchgehen Okay dann glaube ich ist da Wasser drin Oh und ich kriege einen Wasser-Buff Du musst die wahrscheinlich verschießen Du musst die wahrscheinlich verschießen Dann muss jetzt eben die Türen das Feuer Da war noch ein Grob Hi! 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 Hau hier ab! Solange du noch kannst! Es ist eine Party! Wirklich? Wirklich! Okay, das hätten sie besser machen können Alter, kletter doch rüber! Das hätten sie wirklich besser machen können Das ist ein bisschen peinlich Ah, das ist wieder diese Spielhumorart Ernsthaft? Der steht im Wasser! Den ist hart? Ja, das macht den Buff weg Also wenn ich im Wasser war Kann ich durch Feuer rennen Ohne Damage zu nehmen Ohne den Marsch zu nehmen Entschuldigung Der Marsch Oh, hallo? Ich hab den erst nach 10 Sekunden gesehen da Ich hab den erst nach 10 Sekunden gesehen da Ich hab den erst nach 10 Sekunden gesehen da Ups Du, du wolltest eben nur festhalten Ne, er wäre sonst umgekehrt Ja, ich hatte Angst, dass er ins Feuer fällt Ja, da rüber Ja, da rüber Komm schon Da ist ein riesen Loch drin Türen? Türen? Hä? Nein, wir gehen Türen Check ich nicht Okay, da kann Oh Gott Oh Gott Jetzt rennen durch Ich hab den Feuer Heu gegeben Jetzt rennen die Penner durch Nelly, du versuchst dir wieder das Feuer durch die Gegend zu schmeißen Das Heu oder die Heu traufe? Das Heu oder die Heu traufe? Quasi Lauf ins Feuer Auf jeden Fall schiebt er Der Surfer schiebt immer Panik Der Surfer schiebt immer Panik Lass mich ab, war Brand Oh, da weht der Fanatiker Was? Bist du ein Fanatiker? Ja, das ist ein Fanatiker Aber das ist doch kein Fanatiker Der ist speziell Der schaut so geil aus Die Metal-Version Der hat überall Tattoos und fettige Haare was da hängen Was ist denn das Metal-Stay oder Typ halt? Ich will ihn ins Feuer werfen Ich will ihn urgern ins Feuer werfen Nicht immer auf, auf Ich hab das gewusst Ich hab das gewusst Ich hab das gewusst Wow, was war das? Das war kein Feuerball Das ist ein Amrita-Fanatiker mit Amrita-Element Ich hab glaube ich gerade noch Amrita 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 auf mich Fures Amrita auf mich geworfen Da! Das ist Zeus Es ist Amrita-Zeus Ich mach gleich Zeus Was? Ich hab jetzt Zeus gemacht Merkwürdiger Jubilus Das sind Amrita-Fanatiker Auch von Amrita-Fanatiker getötet Geh baden Es gibt keinen Wasser-Bach Ja, du musst dich hinschmaßen Eigentlich ne gute Idee No Dieses Wasser gibt leider keinen Bach Das ist schlechtes Wasser Römerquelle Es ist Römerquelle oder es ist eben nicht Römerquelle Ist Römerquelle Wow Das ging sich grad noch aus Ich verdammt ging's Vor allem bringt das nichts, weil hier ist wieder die Römerquelle Der da hinten war's, oder? Ja Penner Und wo kommt wohl das Feuer, wenn sie mit Feuerpfeilen schießen? Hm? Ich weiß es nicht Es ist ein Mysterium Das wird nie gelöst werden Wirklich? Mensch Mann! Der war vorhin auch schon ein Mensch Und der Bogenschütz ist auch ein Mensch Was haben wir schon wieder Menschen mit Yogi gelöst? Die haben sich wahrscheinlich mit den, mit den, mit den Kelly Chips verbindet Das wäre die Kelly Armee Ja Ja Ah man Danke für das Wasser Okay, aber da muss doch noch mehr sein Da, ich sehe doch noch urviel Stärken oder nicht? Ja, das ist die Feuer Oh, hallo Das hat funktioniert Zeig mir den Weg Die stecken mit Ja, Feuer Sie nehmen keinen Damage Ich glaube da kann man ganz knapp am Feuer vorbei Auf die Kaffe auf mich zu werfen Ja, fall um, das ist mir recht Dann haben wir den Boden Kolumbfeld Okay Was schaust du das? Oh Ja, ich schaff das Von Verona totgeschlagen Noch keiner ist verbrannt Also verbrenne ich, sonst wird es peinlich Wobei Es ist wahrscheinlich keiner verbrannt Weil es schon die uralte Mission ist Also Nein, eigentlich nicht die uralte Mission Das ist ja Aber Die meisten haben es ja wahrscheinlich schon durchgespielt mittlerweile Ja, trotzdem kann man mal verbränen Oh, hallo Ich bin gefallen Ich wollte verbrannt, wenn ich eben noch gehe Ähm Ein Buddy Er hat mich vom Buddy warnen wollen Oh, ich habe Angst, dass da weit ist Okay, ich habe einen Wasserpuff Aber ich will trotzdem nicht durchs Feuer Warum genau sollte ich durchs Feuer gehen? Es gibt einen wunderbaren Weg hier rundherum Warum sollte ich durchs Feuer gehen? Ah, schau mal Das Licht schaut ural cool aus Da sehe ich einen Grund durchs Feuer zu gehen Es war ja ein bisschen ungelöst Es ist aber zu cool aus Ja, es schaut ein bisschen anders aus als in der ersten Mission Glaube ich Es sieht aus, als würdest du über dem Boden schweben Hab ich alles? Schau mal auf die Karte Wenn ich nochmal zurück laufe Weil ich, 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 ich Ich habe sowas Gefühl, als ob ich etwas verpasst hätte Ja, es geht schon wieder los Ich will nichts verpassen Da! Ist doch was Der Schrank Oh nein, der ist auf der anderen Seite der Wand Da komme ich noch hin Okay Passt Weiter geht's Dann geht's heute ausnahmsweise mal schnell voran, weil ich anfange Ich will mein Kuchenstück auch essen Zudem will ich Warte, wie komme ich da hin? Ah, von dort hin Ich habe keine Ich habe keine Was du schon wieder für ein ganzes Mindmap-Ding hast Braucht man Ich habe ihn nicht Ich habe ihn nicht Das ist der Schrank Der Schrank Der Schrank Ja, aber Nindins keine Menschen sind Nein, das sind Nindins Die sind speziell Da ist schon wieder Vogelgehebeart Oh, schau da kann ich laufen Ich gehe einfach mal rauf Weil jetzt komme ich Hier komme ich da rüber Loot, loot, loot Das war knapp Das war knapp Weil er eine Rolle gemacht hat, wie er gefallen ist Shotcut, Shotcut Kein sinnvoller Shotcut Aber Shotcut Oh, das geht Ich kann alles kaputt machen Das bringt mir leider auch nichts Das ich auch kaputt mache Nein Oh, du bist so schwach Okay, wohin? Wohin? Ich probier's mal hier Ich bin so, als wir immer irgendwie allein unterwegs sind Ja, schon Es würde manchmal Sinn machen, wenn man einen Helfer hat Da hinten ist eine Küste Aber da ist so ein Loch in der Wand Ich hebe mir das hier Ist das überhaupt Das ist doch kein Wasser, oder? Das sind nicht Wasser, ne Okay, dann komme ich hier wirklich noch gar nicht durch Ich dachte mir kurz, ich hebe mir das Wasser auch, um zu schauen Einmal rundherum zu schauen und ob ich anders hinkomme Aber ich komme ja offensichtlich anders hin Ich würde dann nicht mit einer Fackel gehen, wenn alles brennt Ich würde dann nicht mit einer Fackel gehen, wenn alles brennt Warum? Kannst du ja nichts mehr anzünden Woher dich? Die 25 25 26 Die 25 Das ist isolier Da hätte mich jetzt fast geklappt Ah, war nur fast Ich hab's kaputt gemacht. Feuer! Feuer! Ich bin Feuerlöscher. Fein, wer ist als Feuerwehrmann qualifiziert? Der erste Krediter als Feuerwehrmann. Wirklich? Warum ist hier Wasser? Warum? Warum ist hier Wasser? Ich bin noch zu diesem Fall, ich weiß wofür es ist. Aber es ist auch... Hä, das glaubst du lang genug, dass ich dort rüber könnte? Lass es einfach rüber, ich weiß wofür. Da ist überall Wasser, da kann man... Ich probier's. Weil wir müssen ja dort rüber, ich probier's. Lauf! Ich weiß nicht, wie lang es hält, also lauf! So, jetzt wird's in Stamina heilen. Und durchs Feuer laufen, das... Geht nicht. Geht. Ach du Scheiße. Jep, da kommt man wirklich. Das sieht cool aus. Das schaut echt cool aus. Der ganze Tempel einfach, der brennt. Das war echt noch ein... Shortcut. Was zum... Boah, ist das ein gemeiner Shortcut. Oh! Da ging's auf. Ganz ehrlich, überall Wasser. Okay? 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 Der kommt doch... Oh, so warte, da noch ne... Eine Leiter! Wo bin ich? Kann ich da noch weiter auch rauf? Ja? Das geht da auch schräg! WTF, wo bin ich? Gibt das auch auf? Nein, von der anderen Seite, okay. Hey, buddy! WOLDEM BODY! Paddy, 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 Paddy. Ah, schau mal wie schön das Wasser ist. Mit den Seerosen. Ah, cool! Hast du die echt nicht gesehen? Nein, ich hab die Seerosen nicht bemerkt. Die sind doch nur an dieser einen Stelle. Ja, so wie Seerosen halt. Ja! Fast als ob's echte Seerosen wären. Geht das gut? Na ja, magst du von uns. Hä? Oh, Paddy! Oh, Paddy! Ich hab mich grad gefragt, wo der hin ist. Ich dachte, das sollte kommen. Hier haben wir einen Baum. Um den können wir rundherum laufen. Hier haben wir Wasser. Das... Ach, was soll's? Ich aktiviere das Wasser. Was? Talisman! Wie gemein ist es hier? Das wäre ja nicht... Den hätte man auch von der anderen Seite fangen können, dann wäre es so eine Standardwand gewesen. Das ist aber ein extremer Short-Cut jetzt. Mal. 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 Ich bin stecken geblieben.